Es ist doch relativ simpel. Die Kurse im ersten und zweiten Quartal 2023 können ja eigentlich nur fallen. Wir haben nach wie vor Notenbanken, die auf dem Bremspedal stehen. Wir haben es nach wie vor mit Inflation zu tun. Wir haben es nach wie vor mit steigenden Zinsen zu tun. Und dann kommt auch noch die Rezession obendrauf. Ergo die Kurse fallen. Das Problem ist nur, genau das erwarten praktisch alle. Sowohl private als auch institutionelle Marktteilnehmer sind sich einig wie nie. Die ersten beiden Quartale 2023 kann es eigentlich nur abwärts gehen. Und wie wahrscheinlich ist es dann eigentlich, dass es genau so kommt? Diese Frage möchte ich heute besprechen und zwar mit einer Weltpremiere. Denn ich frage die künstliche Intelligenz. Die muss es ja wissen, oder? Legen wir los. Ich begrüße euch ganz herzlich hier auf dem Tradermacher-Kanal. Also, wir werden sie gleich befragen. Die künstliche Intelligenz. Und sie gibt uns hoffentlich einigermaßen sinnvolle Antworten. Ziemlich weit ist sie vorangekommen in ihrer Entwicklung. Das kann ich schon mal vorwegnehmen. Aber grundsätzlich müssen wir uns natürlich unabhängig von den Antworten der künstlichen Intelligenz fragen, ob es wirklich genau so kommen kann, wenn alle Marktteilnehmer mehr oder weniger die gleiche Ausrichtung haben. Denn das führt natürlich dazu, dass ganz, ganz viele sowieso schon an der Seitenlinie stehen. Wir haben eine Put-Absicherungsrate. Die ist so hoch wie noch nie. Und dann muss man zumindest mal gedanklich ins Kalkül ziehen, dass es anders kommen wird. Also, schauen wir direkt auf den Bildschirm. So, wenn man sich also die Analysen der großen Research-Häuser, der großen Investmentbanken anschaut, aber auch einen Blick in private Foren wirft, dann ist die Meinung ziemlich einhellig. Ja, ja, irgendwann im Jahr 2023 wird es bestimmt interessante Kaufchancen geben. Aber erstmal beschäftigen wir uns mit einer Rezession, wie auch immer sie geartet sein mag. Und das heißt, die Börsenkurse werden fallen. Insbesondere für die ersten beiden Quartale 2023 gibt es praktisch niemanden, der hier bullische Aussichten von sich geben möchte. Ich zeichne es mal ganz kurz ein. Das bedeutet also, wenn es so kommt, wie beispielsweise die Bank of America, aber auch viele andere sagen, dann bewegen wir uns in den nächsten Wochen in diese Richtung. So, die 3200 Punkte im S&P 500 werden hier häufig genannt. Meines Erachtens haben wir eine gänzlich andere Situation hinsichtlich der Chart-Technik, wenn wir im S&P 500 spätestens hier über die 4200-Punkte-Marke ansteigen. Dann werden viele Marktteilnehmer kaufen müssen. Und ich kann nur immer wieder daran erinnern, auch wenn das Bauchgefühl, ja, unser Hang zur Logik sagt, Rezession muss bedeuten, dass Kurse fallen, die Unternehmensergebnisse fallen schlechter aus und, und, und. Und, ja, die Konsumbereitschaft sinkt selbstverständlich in diesen Zeiten. Aber die Aktienkurse müssen dennoch nicht fallen. Die Aktienkurse können auch steigen. Das heißt natürlich, dass dann Aktien relativ betrachtet mehr wert sind, also höher bewertet werden. Aber es ist in der Vergangenheit gar nicht mal so selten gewesen, dass die Börse dann nicht drei Monate, sondern vielleicht sechs Monate in die Zukunft schaut. Und genauso, wie scheinbar in Stein gemeißelt ist, dass der S&P 500 jetzt in den nächsten Monaten fällt, genauso sicher sind sich die allermeisten, dass es anschließend eine Phase der Erholung geben wird, eine Phase der Zinssenkungen vielleicht sogar. Und aus dieser Ausgangslage heraus kann natürlich die Börse das Ganze einfach überspringen, weil niemand zu spät dran sein möchte. Ja, wenn alle die gleiche Erwartungshaltung haben, wir schauen gleich noch auf den DAX, auf den Nikkei und auf den Dow Jones, dann darf man zumindest mal in Zweifel ziehen, dass es genau so kommt. Und ich habe es euch ja gesagt, es gibt doch die künstliche Intelligenz. Da brauche ich mich doch nicht abzumühen. Ich frage einfach mal nach. OpenAI, habt ihr vielleicht schon mal gehört. Ich habe mich da gerade erst registriert. Man kann hier durchaus auch kleinere Programme sich schreiben lassen. Man kann sich ganze Aufsätze schreiben lassen. Aber ich wollte natürlich wissen, was uns interessiert, nämlich wie sich die Börse zum Beispiel entwickelt. Ich habe es versucht, eher einfach zu formulieren. Was passiert, wenn an der Börse alle Marktteilnehmer die gleiche Erwartung, habe ich auch noch verschrieben, Haltung hinsichtlich der weiteren Entwicklung der Kurse haben? Dann, sagt OpenAI, wenn alle Marktteilnehmer die gleiche Erwartung hinsichtlich der weiteren Entwicklung der Kurse haben, dann kann es dazu kommen, dass die Kurse stagnieren oder sich nicht mehr bewegen. Da keine Käufer und so weiter. Illiquide. Das haben wir tatsächlich in der Vergangenheit erlebt. Und das ist ehrlicherweise für einen Trader das Schlimmste, was uns hier die künstliche Intelligenz sagen konnte. Denn das würde bedeuten, der S&P 500, und vielleicht ist das genau das, was die größte Überraschung nach sich ziehen würde, der S&P 500 macht auch nicht das hier, sondern Volatilität, Rezession, Krieg, Energiekrise und, und, und. Volatil wird es doch auf jeden Fall, oder? Vielleicht ist das die, vielleicht hat die künstliche Intelligenz recht. Vielleicht werden wir gar nicht die ganz großen Bewegungen sehen. Ich stilisiere jetzt mal, ich deute nur an, ich glaube nicht, dass der S&P 500 sich so bis zum August 23 bewegen wird. Nur, das ist doch eine Möglichkeit, die von vielen gar nicht beschrieben wird. Dass unter dem Strich wenig passiert, die Schwankungen werden schon ein bisschen höher sein als 200 Punkte. Keine Sorge, liebe Daytrader. Aber ein unter dem Strich eher unvolatiler Seitwärtsmarkt, das wäre mal eine echte Überraschung. Schauen wir nochmal zurück zu der künstlichen Intelligenz. Was passiert in einem illiquiden Aktienmarkt? Ja, das ist eigentlich die gleiche Antwort wie oben. In einem illiquiden Aktienmarkt gibt es nur sehr wenige Käufer und Verkäufer, was bedeutet, dass es schwierig ist, Transaktionen durchzuführen. Dadurch können die Preise stark von den Marktpreisen abweichen und es kann zu hohen Spreads kommen, was die Gewinnchancen für Investoren und Trader reduziert. Und Investoren und Trader, cool eigentlich, ne? Auch kann es länger dauern, bis eine Order ausgeführt wird. So, wir gehen nochmal weiter. Alter Verwalter. Ich dachte, ich verwirre mal. Aber hat nicht geklappt. Aber das gibt doch hoffentlich keinen Crash, oder? Nein, ein illiquider Aktienmarkt bedeutet nicht zwangsläufig, dass es zu einem Crash kommt. Es bedeutet jedoch, dass Investoren und Trader ein höheres Risiko eingeben müssen, da die Preise schwanken und die Liquidität gering ist. So, und jetzt wollte ich nochmal ein bisschen was hinterher setzen, weil, ja, haben wir sie hier schon mal am Wickel, die künstliche Intelligenz? Nehmen wir das mal alles raus. Dann dachte ich, stelle ich nochmal live hier zwei Fragen, und zwar die Fragen, die man eigentlich doch beantwortet haben will. Wie werde ich reich an der Börse? Ich bin jetzt selber gespannt. Ich verspreche, ich habe es noch nicht ausprobiert. Beginnen Sie damit, oh, ein gutes Verständnis der Börsenmarkt. Nehmen Sie sich Zeit, um zu lernen, wie man eine Aktie kauft, verkauft und bewertet. Holla, die Waldfee! Entwickeln Sie eine Strategie, entscheiden Sie, was Sie kaufen, wann Sie kaufen und wann Sie verkaufen werden. Jetzt bin ich platt. Das ist aber richtig. Beginnen Sie mit einem begrenzten Risiko, setzen Sie nicht alles auf einmal, halten Sie Ihre Investitionen diversifiziert. Bei Investitionen absolut richtig, richtig. Seien Sie geduldig. Reiche Leute werden normalerweise nicht übernachtreich. Es dauert normalerweise einige Jahre, um eine ansichtliche Rendite zu erzielen, denke ich mal. So, das finde ich nachvollziehbar. Und frage nochmal ganz kurz nach, das sagen ja auch hin und wieder dann einige, die nicht so geduldig sind. Ist reich werden also reine Glückssache? Ich frage gleich auch noch nach Charttechnik, da sind wir auch durch damit. Nein, reich werden erfordert harte Arbeit, Disziplin und gutes Verständnis für Finanzen. Man kann durch Investitionen, Unternehmertum sparen und eine gute finanzielle Planung reich werden, aber es erfordert einiges an Planung und Engagement. Na, das war nicht ganz so cool wie die anderen Sachen. Und wer jetzt sagt, warum liest du das denn alles? Ja, viele gucken sich das hier halt auch am Smartphone an und dann können sie möglicherweise den Text nicht lesen. Also seht es mir nach. Und jetzt nochmal. Oh, einen habe ich noch. Komm hier. Was ist besser? Fundamentale Analyse. Ich hätte auch Charttechnik Hokus Pokus fragen können. Oder Chart, nee, Markttechnik, nee, stellen wir jetzt mal Chartanalyse. So, bleiben wir mal so. Jetzt bin ich aber selber gespannt. Nicht, dass ich alles umschmeißen muss. Es gibt keine, ja, ihre Vor- und Nachteile haben. Okay, damit denke ich, ist die Frage, ob Chartanalyse Hokus Pokus ist dann wahrscheinlich auch schon erledigt. Ja, beide Techniken haben ihre Stärken und Schwächen, nur es kann sinnvoll sein, sie in Kombination zu verwenden. Exakt so sehe ich das auch. Das macht Spaß, oder? Einen haben wir noch, oder? Was macht einen guten Trader, dann vielleicht sollten wir sagen an der Börse, kann ja auch anderswo Trader sein, an der Börse aus? Ein guter Trader an der Börse hat ein gutes Risikomanagement, ein gutes Verständnis der Märkte, ein starkes Selbstvertrauen und eine gute Disziplin. Er sollte auch in der Lage sein, schnell Entscheidungen zu treffen und sich an sich selbst gesetzte Ziele zu halten. Er kann außerdem nützliche Tools nutzen, richtig, um die Marktentwicklung vorherzusagen und er muss sich über die neuesten Trends auf dem Laufenden halten. Naja, das soll es erstmal gewesen sein mit dem Ausflug. Ich habe übrigens keinerlei Kooperation mit OpenAI. Bei Mandern, den hätte man sich mal rechtzeitig beteiligen sollen, aber sind nicht an der Börse gehandelt. Die brauchen gar kein Fremdkapital, beziehungsweise müssen kein Eigenkapital einsammeln, so muss man es ja richtigerweise sagen. Bei einem Börsengang wird ja Eigenkapital generiert. Erst ist es fremdes Kapital und dann wird es eigenes Kapital. So, der DAX-Index, ganz kurz zu den charttechnischen Marken. Wir haben im Übrigen, wenn man sich die Put-Optionen im S&P 500 anschaut, nur mal ganz kurz, daran kann man sehen, was der Markt derzeit erwartet. Wir sind jetzt bei 3821 Punkten. Die Abrechnungskurse derzeit liegen um 3840 Punkte. Das heißt also, unter dem Aspekt würde sich der S&P 500 nicht mehr großartig bewegen, beziehungsweise aus diesem Bild kann man ableiten, je weiter er sich von der 3840 Punkte entfernt, desto eher wird sich dann diese Richtung in den letzten Tagen des Jahres verstärken. Also, das nur mal nebenbei als Information für die, die es interessiert. Meines Erachtens sieht der DAX nicht so bärisch aus. Er kann sich hier genau an diesem Niveau halten. Das ist das Tief aus dem August auf Wochenbasis. Von daher, dass wir jetzt in den letzten Handelstagen dieses Jahres einen massiven Einbruch erleben. Ich muss jetzt die, erwarte ich eher nicht, um es mal so zu sagen, oberhalb von 14.000 Punkten bin ich sogar eher bullisch, dass wir noch ein paar hundert Punkte drauf bekommen, zwei, dreihundert Punkte. Und wer jetzt sagt, und das ist sehr leicht, im Internet mit Dingen konfrontiert zu werden, selbst wenn es Trading-Aussagen sind. Also, du hast doch gesagt, es gibt eine Jahresendrallye. Exakt das habe ich angenommen. Ich habe angenommen, dass oberhalb der 14.000 Punkte der DAX sich eher freundlich entwickeln würde. Ich hätte mir sogar vorstellen können, er steigt in Richtung 14.500 oder darüber hinaus in den letzten Handelstagen des Jahres, weil so viele Marktteilnehmer nicht investiert sind. Das ist ja ein Makro-Gedanke. Wir haben allerdings dann Notenbanken gehabt, die da ein bisschen viel Salz in die Suppe gegossen haben. Und dadurch gab es einen starken Abverkauf. Deswegen sind vielleicht weniger Marktteilnehmer unter Druck, hier einzusteigen. Aber für wen das, for the records, wichtig ist, auch wenn wir über das Trading sprechen, ja, bisher wurde meine Erwartungshaltung eines starken Jahresausklangs nicht erfüllt. Punkt. Ich denke, die Pfeile können wir uns hier sparen, solange der DAX hier nicht jetzt oder in den nächsten Wochen diese Widerstandsmarke hier oben auf der Oberseite unterschreitet, kann es genauso kommen, wie das viele erwarten. Nämlich, dass wir vielleicht die nächste Abwärtswelle hier sehen. Ja, auch hier gilt aber für den DAX, der Markt ist fast etwas zu bärisch, als dass man diesen Verlauf jetzt in Stein gemeißelt sehen sollte. Das ist, wie gesagt, das ist eigentlich heute das, was ich mit auf den Weg geben möchte. Die Wahrscheinlichkeit, dass alle falsch liegen, ist relativ hoch. Das heißt, auch hier wäre, die künstliche Intelligenz hat uns diese Möglichkeit genannt, vielleicht eine Seitwärtsbewegung, vielmehr das, womit wir rechnen müssen. Das größte Überraschungspotenzial hätten eindeutig steigende Kurse. Und da werde ich mich weiterhin an der Chart-Technik orientieren. Das gilt natürlich auch im ersten Quartal 2023 und in allen Quartalen darauf. Ja, der langfristige Investor muss das nicht, der Trader muss es. Der Dow Jones, ähnliche Ausgangssituation wie hier. Wir haben allerdings ein neues Hoch gesehen im Dow Jones. Das heißt, der Abwärtstrend im Dow Jones ist nicht mehr intakt. Stärker als der S&P 500. Das heißt, hier darf man es andersrum formulieren. Solange der Dow Jones nicht wieder in seinen Abwärtstrend zurückfällt, und das wäre in etwa bei einem Unterschreiten von 32.200 Punkte etwa, dann wäre der Dow Jones wieder zurück im Abwärtstrend und könnte mal gleich in Richtung 30.000 fallen. Solange darf man hier durchaus ein bullisches Bild zeichnen und davon ausgehen, dass wir im Laufe der nächsten Wochen und Monate neues Allzeithoch sehen. Das wäre ja mal die Überraschung schlechthin. Und ganz zum Schluss gucken wir noch auf den Nikkei. Der ist ebenfalls relativ schwach. Was allerdings auffällig ist, ist hier eine... Ja, wir müssen mal einfach ignorieren, dass das ein Aktienindex ist, sondern einfach nur den Basiswert. Ja, ist unsauber eingezeichnet, seht ihr es selber. Aber woraus es mir ankommt, wir haben hier eine ganz interessante Situation. Und wir werden sehen, wie sich das Ganze hier ausgeht. Ist das eher... Ja, so würde ich es eher betrachten... Ja, hier vielleicht ist sogar mit einem relativ engen Stopp sogar eine Long-Position möglich, denn wir haben hier diese... Ja, das ist eigentlich ja knapp unter... Also ich denke jetzt gerade ein bisschen zu langsam und zu laut. Also wir haben hier ganz leicht neues Tief gesehen. Wir haben hier eine Unterstützungszone, wenn Stopp, dann etwa bei 25.650 Punkte. Und zumindest wäre dann diese Range ja schon mal ganz interessant. Das sind ja schon mal 10% auf der Oberseite. Aber relativ zu den anderen Indizes war der Nikkei jetzt zuletzt eher schwach. Also muss man vielleicht nicht machen, aber im Auge behalten. Irgendwann... Super, super Zeitangabe. Irgendwann erwarte ich hier noch den ganz großen Ausbruch zur Oberseite. Das wird uns aber eher im nächsten Jahr beschäftigen. Also machen wir hier am Bildschirm jetzt erstmal Schluss. Das war's für heute. Wenn ihr euch jetzt überlegt, ja, was könnte ich ihm denn für seine paar hundert Videos, die er mir hier geliefert hat, was könnte ich ihm denn zu Weihnachten schenken? Ein Abo. Das reicht mir schon. Also wenn ihr Lust habt, wenn euch die Videos gefallen, dann abonniert gerne den Kanal. Ansonsten brauche ich nichts. Ansonsten wünsche ich euch einfach nur ein frohes Fest. Atmet mal durch. Findet ein bisschen Ruhe. Ich lehne mich nicht so weit aus dem Fenster, wenn ich sage, 2023 wird sicher spannend, aber auch herausfordernd. Tankt die Kraft und wir hören uns. Ich mache in der nächsten Woche nämlich einmal Pause am Dienstag, am Donnerstag wieder. Also noch vor dem Jahreswechsel. Habt eine gute Zeit. Liebe Grüße.